Sie werden nicht glauben, wie schmackhaft dieses Schweinefleisch mit diesem Geheimnis wird. Bereiten Sie eine Pfanne mit kochendem Wasser vor und fügen Sie 700 Gramm Schweinefleisch in Streifen von dieser Größe hinzu. Legen Sie sie in die Pfanne und lassen Sie sie 10 Minuten kochen. Dann würzen Sie nach Geschmack mit Salz, schwarzem Pfeffer, Paprika und 3 gehackten Knoblauchzehen. Rühren Lassen Sie es nun 5 Minuten kochen. Zu diesem Zeitpunkt fügen Sie 2 Esslöffel Sojasauce und 2 Esslöffel Essig hinzu. Kurz umrühren und eine weitere Minute köcheln lassen. Sehen Sie, wie es wird, fügen wir einen Esslöffel Ketchup, einen Esslöffel Senf und einen Esslöffel Honig hinzu. Rühren Sie, während das Fleisch kocht. Lassen Sie es noch 2 Minuten kochen. Und es ist fertig. Fügen Sie gehackte Frühlingszwiebeln nach Geschmack hinzu und genießen Sie es. Und da ist es, ein köstliches und geschmackvolles Schweinefleischgericht, mit einer besonderen Not, die Sie überraschen wird. Das Geheimnis liegt in dieser unglaublichen Kombination aus Gewürzen und Sausen, die den Geschmack des Fleisches verstärken. Jetzt einfach servieren und genießen. Wenn Ihnen dieses Rezept gefallen hat, vergessen Sie nicht, Ihren Like da zu lassen und den Kanal zu abonnieren, um mehr Tipps wie diesen zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.